Hallo. Heute ist Polizei da, also die Geschichte erzählen wir lieber nicht. Gerald, wo bist du? Servus, schön, dass du da bist. Das ist der Vater von unserem Schlagzeuger. Ja, Lukas Clement. Also, wenn es jetzt zum Beispiel, sagen wir, theoretisch einmal. Ich nehme jetzt ein Lied her, das es schon gibt und denke, ich meine, da schreiben wir jetzt einen anderen Text drüber und das singst du dann und hin und her, also theoretisch. Ist es doch gut, wenn man vorher die Leute fragt, die den Song ursprünglich geschrieben haben, ob das in Ordnung geht. Wenn man das jetzt aus Versehen nicht gemacht hat, nächster Tipp, dann fragt man aber auch nicht nach. Weil da weckt man nur schlafende Hunde und dann muss man sich erklären. Nicht, dass uns das jetzt passiert wird mit dem nächsten Song. Aber sollte dem vielleicht so sein. Wir haben alles geklärt, es ist alles in Ordnung. Wir werden nicht verhaftet, wenn wir das Lied jetzt für euch spielen. Nein, ja. Rubien was. Rubien was.